Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Space Runners, liebe Weltraumfreunde und Piraten und Lieferanten, wie auch immer. So, was machen wir denn jetzt eigentlich? Steiniger Weg? Oder machen wir mal Heldin, Chef? Ach komm, wir machen Heldin. Komm, wir probieren es einfach mal aus. Alles mal wegräumen hier. Geht ja mal gar nicht. So, was haben wir denn hier? Drei Stück von den Dingern. Ach, da kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Würde ich mal sagen. Gut, da können wir da noch eine Kanone hinsetzen. Oder soll man es lieber so machen? Ich will mal ein bisschen da hin. Warte, oben. Hm. Ich würde sagen, da hin. Das sieht am besten aus. Jo. Da machen wir es hin. Okay. Gucken wir mal, ob wir das überleben hier. Ja. Im dunklen Ecken des Universums. Ich hoffe mal, da läuft man auch komplett alles. Alles super, prächtig. Weil, ähm... Wo kommen sie? Aha, von da hinten. Aha. Ich hab's geahnt. Von Siddow it down. Genau. Siddow it down. 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 stück mit ein reich an der haben geguckt zwei sekunden das wird auf jeden fall reichen oder gucken was sind noch welche hallo da sind wir astroiden was habt ihr denn plus 10 hülle ok na ja wenn wir schon mal gucken ob man das bekommen werden wir jetzt sehen ansonsten baue ich noch ein paar stürmer und lieber noch einen dritten oder lieber speed aber ich weiß es nicht flieben habt ihr dann ach kommen packen wir haben das packen kann von vorne hier auch noch so ist es biet als nächstes aber das war ich dumm von mir nur weil ich um eine kanone sparen wollte so echt dumm und macht die weg danke so na kommt ihr hübschen lasst euch abknallen noch von hinten auch nochmal welche dieser maus aber noch mal noch so ein teil hin aber wir warten überhaupt nach unten mit dir ach das kannst du nicht nach unten du kannst auch nicht nach unten ok dann bauen wir doch nochmal ein ok komm 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 ach eine hätte gereicht naja egal so was haben wir hier das ist der energie futzi komm komm schnell feuer oh wartet mal was ich schon mal ein dran von und nach vorne richten ja wissen wir komm schnell feuer komm komm jawoll so muss das sein sehr schön naja ob du das hinbekommst komm nein ah du kriegst den abgeknallt komm mal drehen so oh nochmal danke oh nach vorne gerichtet neue datenschmuggler haben sie auch noch vorne so wunderbar das wird mir gut packen oder oh haben wir noch so ein so ein so ein so ein so ein so ein teil komm dringend schnell feuer komm komm mach sehr schön so gefällt mir das auch wir brauchen geschwindigkeit wir brauchen geschwindigkeit dringend dankeschön und speed komm yes wie fehlt uns da noch 44 oh der ist schneller als wir also müssen wir noch einbauen ok oben ach die kommt ja überall jetzt auf einmal na wacht man erstmal nach vorne erstmal nach vorne obwohl besser drehen ja drehen nicht besser so ist sinnvoller sehr schön sehr schön jetzt könnt ihr noch um und ihr noch um so das wird mal packen das sollte man echt packen schnell feuer mach hier sehr schön braun die kohle die brauchen speed braun mal kommt nach unten mit dir warte schnell warte schnell sehr schön kommt noch mal ein flaster komm 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 fehlen nur noch ein paar pünktchen hexenatz auch genannt uh ganz viel komm das packen wir ich will ob wir eine abbauen sollen ich glaube wir recyceln die born on frost da dran jock mach mal komm bau den kram ab nonfraster das sollte man packen alles nach vorne gerichtet komm 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 hier ganz schnell so ist super das war schon 50 kröten hierfür uuuh schau mal das kommt 50 kröten brauche ich schnöpfer komm komm hau aus hau aus hau aus hau aus schütte kann sich auch train du kannst dich auch train sehr schön komm ballert das ding ab ballert das ding ab hier So, jetzt Oh, da unten, komm, komm, komm Sehr schön Ach, schnell Feuer geht nicht Uuuuh, überleben wir das Ja, wir überleben das Wir verlieren zwar eine Kanone, aber wir überleben es Das ist die Hauptsache Lass meine Triebwerke in Ruhe So Uuuuh Verdammt Autsch Du sagst es, du sagst es Uuuuh Backe, oh Backe, 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 Backe Komm, wow, wow, wow Oh, Alter Nein, wir sind nicht erster geworden Verdammt Ach, Mist Hab ich nicht aufgepasst Ah, es ärgert mich jetzt Dass wir Geschwindigkeit nicht hatten Na ja Immerhin vier Sterne Kohle, Herde mit So Können wir noch was verbessern Gucken wir mal Von dem Waffenstand um 50% Das ist natürlich nice Hm, man hat nur mit dem Kraftfeld Haben wir ja schon Ionen-Kanone Hm Ich glaube, wir brauchen mehr Speed, oder? Komm, wir brauchen mehr Speed raus auf jeden Fall Und was kann die Kommandobrücke denn noch Lässt Kommandobrücke anziehen Verbesserte Schubdüse Oh, okay Steht bei einem Alien-Kotern an Bord Alle Treffer-Koten wie der Herr Kann nur einmal verwendet werden Aha Interessant Hast du eine Jungen-Kanone Wird doch schon auch nicht schlecht, oder? Ist ja das Ziel Außergewicht auch gut gefahren Aha Hm Ich habe wohl eine Raketenwerfer Das würde passen So Dann Wären wir jetzt mal den Steinigen Weg kommen Das schaffen wir doch Oha Wie viel sind das? Wie soll ich denn das alles unterkriegen? Ähm Ist klar, oder? Leute Wie soll ich denn das unterkriegen? Das haut doch niemals hin Das haut doch niemals hin Wo wir uns Aber ich glaube nicht, dass das hinhaut Das Ding bricht ja schon jetzt schon Bein auseinander An Übergewicht Puh Von oben Oh Ganz viel von oben So Drei Stück Da wäre natürlich optimal So eine Zelle gewesen Aber Ja Kann man dafür unten machen 10, 5 25 Stück Das wird lustig werden Wo kommt ihr her? Aha Ihr geht da vorbei Ihr geht da vorbei Okay Dann mal los Bringt's mal Oha Oha Komm Brauchen wir den noch hin Und dann brauchen wir 25 Hexnuts Oha Oha Komm Her mit der Kohle Schnellfeuer Komm Komm Hier wir go Mach ihn Oha Sehr schön Sehr schön Jawohl So gefällt mir das So gefällt mir das Komm nach vorne Ein bisschen Kohle kassieren Kannst nicht weiter Schade So Neue Daten Kleine Piratenjäger Gut hier bauen Da eine hin Wir nach oben richten Bestick Aber das geht leider nicht Und dann machen wir Geschwindigkeit Dringendst Oh Gott Ich weiß kann wie ich da hinten verteidigen soll Wir haben so voll geproppt alles Aber wir haben da eine Waffe Und da könnte man eigentlich machen Aber das war es dann auch Könnte böse enden Machen wir direkt mal schnell Feuer Wie holen wir denn dafür Ich würde sagen Die in der Mitte Der kann am meisten treffen Ja Aber der kann leider nicht Ah Oha Da kommen sie Da kommen sie Komm schnell Feuer Und Go So Jetzt beeil dich bitte Wir brauchen die Kohle Okay 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 Sehr schön Ja ich würde mal sagen Wir kommen super durch Sehr schön Wunderbar Und umdrehen Umdrehen Und wer kommt zuerst an Ihr kommt beide gleichzeitig an Okay Dann setze ich noch mal so einen da hin Und dann nochmal ein Speed Ding Dann können wir euch hier schnell feuern Brauchen wir das eigentlich Mh Ja machen wir mal besser mal Wer weiß Jo war eine gute Idee So Mehr damit Mehr damit Noch ein Thruster Und ihr nach oben klappen Ah wir haben noch Raketenwerfer genau Den können wir gleich platzieren Und dann Hören wir auch um damit Gut Kommst du nach vorne So Okay Schnell Feuer Ich weiß Kostet mich Geld Aber wir kriegen ja auch Geld wieder rein Von daher Wird das wohl passen Und besser als eine Kanone zu verlieren Oder ein Stück vom Schiff nochmal Was will ich nicht unbedingt Ach gut das passt Ab nach vorne Ab nach vorne Ab nach vorne Ach du kannst nicht Ab nach vorne Wunderbar Speed Und dann nochmal Speed Komm Noch Geld hier rumfliegen Irgendwo Jucki da hat man ein bisschen Mal was Mal vorne richten Ihr kommt in sieben Sekunden Ihr kommt zuerst an Das ist schon mal super Und dann kann ich euch nämlich dann direkt drehen Komm Ach du kannst ganz schnell Feuer machen Jetzt Ah Nein 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 Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist nicht gut Komm Baby Verdammt Verdammt Nein Nein So schnell Feuer Komm Hier wieder Sehr schön Ah komm Das ist überlieber Oh Das ist überlieber Bitte 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 Drehen 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 Ganz schnell Oh Nein Oh Verdammt Verdammt Aber wir sind erster Wir sind erster Kommt noch ein bisschen Speed raus Noch mehr Speed Yo Yo Speed 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 Komm Ballern Und Du Ich kann sogar boosten Sehe ich jetzt erst Verdammt Komm Neue Kanone Oh Backe 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 Auch warum dreh ich die nicht Idiot Komm Einmal so Schnellfeuer Oh Komm Ich brauche das Geld Ich brauche das Geld Ich brauche das Geld Oh Komm 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 Go 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 Einfach nur Gas Leute Boost Ah Komm Einfach raus Soundboost So Woo Yeah Woo Das war knapp Das war echt Schweineknapp Ey Oh Yes 5 Sterne Woo 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 Sir It seems your success Has made you a bit of a star You have an incoming call from the Red DeWidjuts The new Auftraggeber Buck Buck Man Your reputation precedes you You are one cool space runner Thanks So what do I owe this honor It is quite the honor to speak with me Usually my time is booked months in advance But I have a proposition for you My newest mega successful company VIP travel could use a man like you Äh Okay We ferry people Very rich people People who like to travel in style With very deep reaches of space You to your new found fame Can you buy a ship You can buy a ship I'm listening It's a pretty sweet gig We give you a few passengers Complete with their own rooms All you've got to do is From here to there Alive You know I'm not a cruise director Not only do you get to rub elbows with the rich and famous But we pay mega tip top dollar Well when you think about it I guess all space runners are Kind of Come get some cola Excellent You can load your passengers at your own convenience As long as you do it now Richard's out Perhaps I should call you Haha Traum Let's drive ship Gut Haben wir auf jeden Fall Oh was ist das denn Was bedeutet das Das sieht nicht gut aus Technik brauchen wir auf jeden Fall Ich würde sagen wir brauchen Schilde als nächstes Lädt ein Schild wieder voll auf auf jeden Fall Den die Schutze Könnte interessant sein Aber wir brauchen mehr Platz Auf jeden Fall Achso Es gibt nur Das ist ja doof Blitzreparatur Kraftfeld Für die Schuss Fällt auf 120 Fällt 30 Sekunden Was nehmen wir denn da Steck mir die Schuttschilde Ja Schuttschilde Okay Leute Das war's dann Das war auch immer eine spannende Runde War auch knapp Aber wir haben es geschafft Wir haben Stolze 5 Punkte geschafft Also Leute Man sieht sich Man hört sich Man schreibt sich Lasst mir doch einen Daumen hoch Oder einen Kommentar Oder vielleicht sogar ein Abo Wäre super Also Man sieht sich Man hört sich Man schreibt sich Bis dann Euer Tricksie Ciao Und ein angegendes Wochenende Wünsche ich euch auch noch Bis dann Ciao